Ha Ha! Ja! Hey! Was geht denn ab? Oh, ich muss meine Ausrüstung suchen! Hi Adalsi! Mösenboy, ich bin ein Mösenboy, yeah! Mösenboy, ich bin ein Mösenboy! Ha, Mösenboy, ich bin ein Mösenboy! Ich kämp' jetzt erstmal hier in den Busch und hol' mir erstmal ein bisschen Ausrüstung. So, die Munition ist nachgeladen und jetzt noch ein wenig kämpf'n. Mödenboy, ich bin ein Mödenboy. Ich kämpfe in den Büschen und Hacken, ich bin toll. Mödenboy, ich bin ein Mödenboy. Was ich erschieße, das rastet aus, yo. Ich kämpfe hier und kämpfe da, ich bin ein Troll. Und wenn ich jemand abschieße, find ich's toll. Ich hab keinen Skill, hab nur einen Schuss. Und wenn ich den nicht treffe, ja, dann flieh' ich und dann bin ich weg. Seid'n in der Ecke, ja, das ist mein Busch, da hock ich die ganze Zeit und ich komm' überhaupt nicht raus. Da seh' ich schon zwei Gegner auf mich zukommen. Scheiße, die sind ausgerüstet. Ich halt mal lieber die Schnauze. Ich mach jetzt gar nichts, ich bleib' einfach hier stehen. Bis so'n Hatschi kommt und den erschieße ich, ja. Mödenboy, ich bin ein Mödenboy. Ich kämpfe hinter Hacken und in Büschen, find mich geil. Mödenboy, ich bin ein Mödenboy. Ich habe keinen Skill und in EFC ist nun mal, wenn ich in den Büschen hoff' und meine Opfer seh'. Ja, 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 ja. Drück' ich mit meiner geilen Mödenboy ab. Und treffe ihn und er fällt um. Na, 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 na. So, jetzt. Ich warte jetzt lieber nochmal 45 Minuten, bevor ich den Looten gehe. Es könnte ja noch ein Gegner vorbeikommen. Jetzt könnte wirklich noch ein Gegner vorbeikommen. Scheiße. Naja, so ist das halt. Ich kämpfe immer gern und lang in meinem Busch, weil ich kann ja nichts anderes. Mödenboy, ich bin ein Mödenboy. Ja, 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 ja.